Neulich in der Bäckerei Guten Tag! Ich hätte gern drei Brötchen. Wie viel kostet eins? Ein Brötchen kostet 40 Cent. Das ist aber ziemlich teuer. Waren Brötchen nicht mal billiger? Ja, da haben Sie recht. Leider sind die Herstellungskosten gestiegen. Das ist nicht so schön. Ich glaube, dann nehme ich nur zwei Brötchen. Also zwei Brötchen. Ist das alles? Der Erdbeerkuchen sieht lecker aus. Was kostet der? Ein Stück kostet 3 Euro und 50 Cent. Das ist aber auch nicht gerade billig. Ich nehme trotzdem eins. Herr, haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Das macht dann 80 Cent für die Brötchen und 3 Euro und 50 Cent für den Kuchen, 4 Euro und 30 Cent. Bitte. Zahlen Sie in bar oder mit Karte? Ich zahle mit meiner Karte. Dann stecken Sie die Karte bitte in den Kartenleser und geben Ihre Geheimzahl ein. Ich glaube, ich habe meine Geheimzahl vergessen. Was machen wir jetzt? Dann müssen Sie bar bezahlen oder die Ware hier lassen. Moment, ich schaue mal in meine Geldbörse, ob ich genug Bargeld dabei habe. Bitte beeilen Sie sich. Hinter Ihnen warten schon andere Kunden. Ich habe zum Glück noch einen 10-Euro-Schein dabei. Hier bitte sehr. Vielen Dank. Hier ist Ihr Wechselgeld und Ihre Tüte. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Drücken Sie bitte die Glocke, damit Sie kein Video von mir verpassen. Vielleicht können Sie nichts mehr in der nächsten Sendung. Das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank.